Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir im Fluttershaus und wie ihr im Hintergrund schon seht, wir spielen heute den Thief Simulator. Ich hoffe, man versteht mich gut durch die Maske. Fühlt sich überhaupt nicht weird an, aber Let's go, Alter! Ich bin einfach besser verkleidet als mein in-game Charakter. Okay, Vinny. Black Crowbarin, listen up. We got a lot of ground to cover. The Lombardis paid your bail. They're generous men, but they're all about reciprocity, if you get what I mean. Let's see if you're up to the job. Knock over that house for me. The last one. Zahn kaputt machen, standardmäßige Maushaus. Ich bin hier vorne kaputt... ah. So kann ich mich hinhocken. Ducken, jaa. Was war das denn gerade für'n Turan, Alter? Ääääääh. Ja, Checkpoint laden. Hey du, was machst du da? Kann ich nochmal Checkpoint laden? Checkpoint laden, das war jetzt nicht mit Absicht. Hast mich nicht gesehen, sehr gut. Dass du mich so laut anrufst. Okay, okay. Was ist ein Zufall, dass ausgerechnet hier jemand seine Taschenlampe liegen lässt? Die Schuhe was wert? Schöne, dass ich das so langsam aufmachen kann. Warum kann ich die Schuhe nicht mitnehmen? Alter, das ist doch safe, nur easy. Oh Geld. Ja, bisschen Zerstörung. Wichtig, wichtig und richtig. Time to bail man. Get in the car. Don't let nobody see you with that crowbar. Ich habe keine Maske auf. Ich bin ein ganz normaler Mensch. So, oder? Wie? Ah! Wo soll ich denn hin? Nach da hinten? Nach da hinten. Es wird wieder so einen Brille abnehmen, damit man auch was beim Fahren sieht. Nur C. Das muss aber besser. Äh, sorry Winnie. Das ist ein Problem. Das könnte einfach funktionieren. Geh schlafen und wir holen das in der Morgen. Wichtig, wichtig, wichtig. Check the computer. There's a few things I need to tell you. Okay. Ah, nee. The computer, nicht the laptop. Tools for thieves let you buy new kit online. Oh, geil. But you might not have what it takes to use them all. Click on steal your forum. Here you can buy secrets. Hot tips on what's where, who's guarding it, who leaves the door unlocked. Whatever. Check out what I wrote on Greenview 109. Great. Now, go to your car. Go hawk your loot at the pawn shop first. You'll need empty pockets at Greenview 109. Funhaus. Will go. Hiiiiin. Yeah, to sell. It's time for Greenview 109. Get me that TV. And don't pawn it off. But don't turn it off. Don't turn it off. I should not sell it. Greenview 109. No. Or whatever it is. And we are right in there. Okay. So. Der Zaun. Lass mal den Zaun kaputt machen. Putz. Der alte Fernseher ist ein bisschen was wert. Ersatzschlüssel in der Schublade. Putz. Ah, ich kann die erst öffnen, wenn ich sie eingeschlagen habe. Okay. In den Fernseher. Noch ein bisschen sowas mitgehen lassen. Die Pfanne kann man auch noch mitgehen lassen. Sonst noch was zum... Ah, ja. Hier ist der Ersatzschlüssel drin. Wahrscheinlich dann für die... Für die Haustür vorne, oder? Ist das hier die Haustür? Okay. Ja, dann den Fernseher. Bin ich hier? Keiner sieht mich. Ich habe einen Fernseher in der Hand. Eine Lüge. Den habe ich gerade bei dem Haus auf Ebay gekauft. Es ist nicht gestohlen. Achso, warte. Ich sehe noch viel zu sehr aus wie ein Dieb. Ich und was gestohlen? Nein. Ich habe den gerade auf Ebay gekauft. Nicht, dass Sie sich wundern, junge Dame. Äh. Ja, das war gefährlich. Ich habe mich fast mit der Brechstelle... Die, äh, habe ich... Ähm... Das, ähm... Ist... Meine Haustür Brechstange. Achso, du Hund. Nach Hause. Es Ausrufezeichen. Haha. Vergiss nicht, die unvergebenen Fertigkeitspunkte im Skill-Tab einzusetzen. Ich sehe, dass Sie klotzen. Geh auf Black Bay. Fast Ebay. Black Bay. Ich setze eine Seite für die TV. Elektronik. Alter Fernseher. Verkaufen. Ja, gute Arbeit. Jetzt, klick auf den Rent-A-Thug-Tab. Rent-A-Thug-Tab. Jetzt hier kannst du ein bisschen extra Arbeit finden. Ich setze eine an, nur für dich. Die, die mit den Zitzen. Okay. Jetzt gehst du zurück zum 1.10. und brech ein paar Däsche mit der Crowbar. Mach ich. Mach ich. Mach ich. Wird gemacht, Chef. Aber vorher lehre ich noch mein... Vorher fahre ich noch mal zum... 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 zum Homie. und schau, dass ich was verkaufen kann. Pfandhaus. Verkaufen. 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 Wir müssen ja auch irgendwie Geld machen, ne? Ich meine, ich will hier mit ja reich werden. Ich will, ich will damit Karriere machen. Also bitte. Perfekt gefahren fast. Stellen uns hier schön an... Rand. Obwohl, warte. Wir drehen kurz einmal, dass wir direkt... nachher abhauen können. Ja. Ich bin... Ich... Das ist mein... Das ist mein Arbeitsoutfit. Ich bin... Handwerker. Ich hätte mir vielleicht vorher mal... noch mal die Tipps anschauen können. Aber... Wir schauen erst mal. Drum herum zu laufen wird ja wohl noch nicht illegal sein. Ich höre aber nicht zu den Kart, dass ich will zu... den Bakers. Ich bin kein Dieb. Das ähm... Ich hab nur einen Schlüssel vergessen. Ich soll... Ich soll aber die Dishes kaputt machen. Hier. Wird gleich gemacht, Jeff. Ich... Ich klau noch ein bisschen was. Ich klau noch ein bisschen was. Warum nur C? Warum wurde die Polizei gerufen? Nur weil ich jetzt... Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Ich hätte in ein Auto steigen sollen. Gibt es hier eine Mülltonne? Hallo? Mülltonne? Mülltonne? Hallo? 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 Freeze! Fuck. Ich hab mich grad ein bisschen erschrocken wegen dem... Elektroschocker. Äh... Ja nur weil ich die blöde Crowbar in die Hand genommen habe. Ich will wieder raus aus dem Knast. Schön. Es gibt eine Box in da. Warte um sie zu gehen und geh mir diese Box. Wir werden jetzt einfach mal eine Runde. Irgendwie so. Weiß ich nicht. Mach mal. Schlafen. Verlassen. Wir sind jetzt beide nicht zu Hause. Ich geh schnell rein da. Das sind die bei denen ich vorhin erwischt wurde. Von denen ich vorhin erwischt wurde. Okay. Was soll ich rein? Sehr gut. Sehr gut. Habt doch mal ein bisschen Geld in euren Schubfechern. Okay. 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 Geld. Ich hab nichts mitgehen lassen. Alles gut. Das ist mein Fernseher. Den haben die mir geklaut. Ich hab den Nutz mir wieder geholt. Nicht geklaut. Wieder geholt. Ich hab da ein GPS-Tracker dran gehabt. Deswegen wusste ich wo der ist. Kiste mit fragwürdigen Inhalt. Level aufgestiegen. Ja. Deep Rating B. Schon mal besser. Verschicke die Kiste auf Black Bay. Okay. Der Job ist einfach nur das Fenster einschlagen. Finde ich super. Schlage ihr Fenster ein. Flutusor ist der professionelle Fenstereinschlager. Seht ihr schon wenn ich das einfach hier mache? Das hat gezählt. Back here. Ja. Deine Mutter blockiert sie im Verkehr. Ey, 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 ey. Ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich doch. Okay. Hallo, mach die Tür auf. Kann ich hier hinten einfach raus? Einfach abhauen? Ich bin kein Verbrecher. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Du musst lernen, wie mit Standardlocken zu sprechen. Wenn es nicht kaputt ist, fixe es mit einer Krobar. Das Wort auf der Straße ist, dass die Toilette in Greenview 113 nicht kaputt ist. Geil. Ich darf eine Toilette kaputt machen. Mein Lebensziel ist erfüllt. Kann ich eigentlich Menschen umfahren? Also technisch gesehen, ja? Bringt es mir was? Nein? Bereue ich den Versuch? Nö. Ich will nicht in ihr Haus um ihre Toilette zu zerstören. Was kann ich Ihnen ganz gewiss sagen? Moin. Servus. Warum sind um 5 Uhr morgens so viele unterwegs? Nicht zu Hause im Schlafzimmer. Okay. Warte, was? Du rufst nicht die Cops? Kann ich irgendwas mit mir machen? Ich muss den Schloss dafür knacken. Kann ich nicht hauen? Ich bin weg. Ähm. 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 Wart, das war schneller als ich gerade ausparken konnte. Ich bin es aber nicht sehr riesig. Ich bin nicht mehr angezogen wie ein Verbrecher. Ja, eigentlich schon noch, aber... Warum ist der direkt wieder aufgewacht? Sieht man im Bad? Das ist ja genau das, wo wir rein müssen. Kopfhörer. Nett. Ich sehe auch hier niemanden. Wir können jetzt, technisch gesehen, hier reinsteigen. Und das machen wir jetzt auch. Ja, es ist wirklich keiner im Bett. Sehr gut. Keine neuen Yeezus hier hängen oder so? Ich hoffe mal, dass sie jetzt einfach arbeiten sind. Wie die meisten Menschen. Bin ich nämlich auch gerade, sonst wäre ich ja nicht hier. Schlüssel, Eingangstür. Sehr gut, dann kommen wir vorne wieder raus. Geld! Geld! So. Hi. Das... Das ist mein Haus. Und ich lasse die Tür immer gern offen. Muss mal durchlüften, es ist warm. 30 Grad und so, ne? Sommer. Die haben wir schön verarscht. Die weiß nicht, dass ich ein Einbrecher bin. Diebsch... Dieb... Diebsrading... Ah, das ist... Das ist gut. Kann man sich nicht beschweren. Was willst du, Nini? Okay, aber wir haben eigentlich erstmal was Wichtigeres zu erledigen. Müssen zu unserem Homie. Nochmal kurz... Äh... Ins Funthouse. Müssen Geld machen. Moin... Moin... Göni... 86 für die Kopfhörer. Geil, das waren bestimmt GBL-Kopfhörer. Okay, Leute. Auf jeden Fall, das war's jetzt erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Würde mich freuen. Ähm... Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mal ein bisschen einzubrechen. Guter Job, die Stars. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschiu!